Ok, rein. Jo, ich glaube auch. Zählst du runter, Max? Ja. Wo ist denn? Willkommen zu einer weiteren Runde! Spandauer Extension! Spandauer Extension! Jaja, sehen wir mal. Beim letzten Mal so gebockt, dass wir gesagt haben... Warte, warte, wie machen wir das? Wie teilen wir jetzt auf zwei Bottom? Oder gehen wir alle zusammen direkt? Die Dinger hier sollten wir machen, ne? Also, gehen wir hier hin und dann hier hin? Ok, wir gehen auf das obere Ding dann. Ok, dann geh ich runter alleine. Ok. Aber bin ich nicht der beste Wunder von uns? Wann geht's denn los? Wir müssen porten. Jetzt, 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 jetzt. Go, 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 go! Einer tippit auch runter. Lol, hier ist ein Ringer! Du hast abgebrochen, komm unten nach. Ich dachte, wir sind wieder links. Gönnt euch den Ringer! Unten sind zwei. Oh lol, die Try-Hard Mechanic! Wow, alter OP! Was denn? Die kann einfach das ganze Ding mit einer E-Fail-Wall blocken! Oh lol, ich komme, ich komme, ich komme! Ich komm jetzt hoch zu euch. Oh my god, best Flash EU-West! Vorsicht! Nice! Oh fuck, hier kommt zwei! Ich komm von hinten! Dricky! Mach ihn! Nice! Max man auf Cutter, schnell! Q! Du! Oh! Alter, das ist ja echt broken! What the fuck! Ja, das ist jetzt müde! Nächstes Game, nur solche Terran-Dinger! Go, 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 go! Hier! Nach Mitte, 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 Mitte! Wo lauft die hin? Hier ist so ein neues Ding ab, das will ich eigentlich haben! Ich muss sagen, jetzt gehen wir... Oh! Wenn wir können, gehen wir jetzt Karma, oder? Aber egal, das ist einfach der, der das kann selber! Ach du Scheiße! Ich bin so was von tot! Fuck! Ich hab's! Ey, wir müssen das hier lassen! Help! Help! Ich kann nicht... Ich komme! Ich komme, Alter! Knall den, knall den, knall den! Alter, das ist ja so! Die sind direkt schwoll! Ich hab grad Ghost aktiviert! Das ist ja wie im Osten fühlt man sich da! Alter, richtig krass! Sei da! Komm nach oben, ich komm nach oben! Oh shit, ich sollte was kaufen! Fuck! Oh Gott sei Dank, Mann! 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 Ich hol das Ding rechts, ihr holt das Ding links, ne? Ich hol mir erst mal den Heal! Ah, die wäre super low! Kein Flash! Nice! Ich geh mal nach unten! Nein, bitte nicht töten! Ah, ich bin down! Ich bin so useless Precinct! Haben wir richtig? Juhin! 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 Ich bin da! Komm, lass die fighten! Nicht abgeben! Ich komm von oben! Oh fuck! Du hast ja auch noch Ei, Alter! Alter, das ist übel der Ranz-Champ! Ich komm den Game, Johnny! Komm den gegen, meine ich nicht! Ich bin Level 6, endlich! Fuck, auf den Renga! Geil! Loll! Loll! Da komm ich ja pünktlich! Übelst geil! Der Renga-Chess nicht immer! Der Renga-Chess nicht immer! Der Renga-Chess nicht immer! Der Renga-Chess nicht immer! Okay, okay! Mach den! Mach den! Mach den! Mach den! Mach den! Knallen! Ich komm von hinten! Ich komm von hinten! Ich komm von hinten! Ich bin jetzt 6! Ich bin jetzt 6! Alter, diese Wall, ne? Ich krieg 8! Ja, das ist übel die DDR-Wall! Ey, der Galio! Ey, guck mal hier! Was deckt ihr sich? Ich nehm das Ding! Ich bin nämlich low! Ah, wir sollten die Mitte noch nicht machen, glaub ich! 5 gegen 5 ist Mitte scheiße! Oh fuck, Renga kommt! Ich brauche unten Hilfe! Lass mal hier holen! Ne, ich muss hin! Ah, ich bin tot! Ich komme! Ich komme! Oh fuck! Das sind 4! Alter, die Wall! Das ist doch nicht wahr! Ich hab gar nicht über 101 geholt, Jungs! Jetzt hab ich das Ding da oben! Oh shit! Oh shit! Renga war da drin schon! Oh fuck! Ja, hier kann ich nichts mehr machen! Ich hab das Ding... Ich rennerverrechner gar keinen Schaden, Mann! Ich stepp hier! Wir müssen groupen wieder! Alter, die campen mich! Ähm, campen mich! Säcke, Alter! Holt alles! Holt alles! Das ist ganz okay! Ja! Ja! Die Outskill! Ja! Die Outskill! I spawn! Ich komm! Ich komm! Komme! Nice! Der Quattra! Quattra! Ich hole mir das! Einer muss rechts und links hoch! Ich scheiß auf Mitte! Einfach alle ab! Es sind alle Relikte ab! Ich hole das rechts! Ich hole das! Bin aufm Weg! Hier! Zone die! Ich hole den Heal da oben! Einfach ablenken! Auch wenn du stirbst! Scheißegal! Oh! Die Wall! Ich komme! Ich komme! Da kommen jetzt einige! Ich komme auch runter! Ich komme auch runter! Ich komme auch runter! Ja, das können wir auch runter! Jo! Ich habe alle gestunnt nochmal! Aber! Oh! Jo! Du kleiner Mungo! Ignite! Jo! Okay! Hab ich! Nein, ich nehme einen! Nein, lass doch oben! Komm! Da ist noch ein Rengar! Niver kommt uns auch hinterher! Denk an die Wall gleich! Der Niver ist ja so behindert, Alter! Ey, nichts Rengar Niver! Wir kommen euch nach oben helfen! Oh fuck! Da kommt auch noch Galio, ne? Hier ist ja Niver! Egal, wir machen! Vielleicht kannst du durchziehen! Darf ich Mittel versuchen? Ne, lass fighten! Nice! Balan! Tja, egal, ich weiß nicht, was er machen soll! Ich schiede dich, Sola! Ah! Der Rengar ist oben raus! Komm ran, Mädel! Hier, hier ist Rengar irgendwo! Oh mein Gott! Wann lang, ey! Oh, der ist Ulti! Der ist Ultimate! Ah, der traut sich nichts! Ich zieh durch! Ich hab keine Mana, ey! Oben hier, Asir! Asir! Ich hab ihn! Ich hab ihn auch! Hier ist Asir! Alter, der ist einfach rabbert und first, ey! WTF! Wo ist denn der? Wo ist denn der? Rengar ist nach unten! Rengar ist nach unten! Gezählt! Ich hab' mir das Ding hier! Oh, weg! Nein, du Arsch! Hallo! Fuck! Ich weiß nicht! The fucking wall! Boah, die hätte mich einfach überkehlen können! Oh, hier ist jemand! Oh, shit! Oh, der ballert mich auf jeden Fall! Alter, wie viel Damage der Typ macht! Galio ist ja unnormal, ey! Unnormal! Boah, alter unnormal! Und den böllert! Nein, Sola, aber... Da kommt ein Galio irgendwo von rechts gleich! Lass ihn in der Mitte treffen! Lass ihn hier groupen und trappen! Ich geh erstmal zu Sola! Ich komm von oben! Ich geh auch zu Sola! Geil, ich hol mir unten das Relikt! Nein! Und du gehst hier! Oh, ich hab' nicht was das bekommen! Aber hier kommt einer! Wollen wir das hier holen? Galio, Galio! Galio, Galio! Ich glaub' ich komm da ran! Ich komm da ran! Ich hab' den unteren! Geil! Ah! Ja, ich hab' ihn! Ne, der hat ihn, oder? Was nicht? Haut ihn nicht, wenn er das Ding hat! No! Hier kommt, Quinn! Hier! Die beiden! Hier! 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 War Udia ala gegen fucking Galio! Immer wenn du gegen Galio kämpfst, einfach E! Ok! Ich flanke die! Ich versuch's von ganz oben! Einfach ein bisschen pauken! Ja! Wir müssen mal haben! Drei Sekunden noch! Nein! Ja ich hab' ihn! Nein! Er hat sich unterbrochen! Panisch sie! Panisch sie! Alter, das ist einfach, das ist einfach ein Game von Kucha, er kriegt einfach Penta-Kills ohne Ende hier. Das bitte machen. Das ist einfach der beste Chef in diesem Bonus. Oh yeah. Das ist echt voll brutal, Alter, du warst so... Mitte oder? Mitte? 15-4, ey. Weil du die ganze Zeit die 7-7-7 kriegst. Alter, soll ich das Ding nehmen, oder? Nein. Boah, ich, ich hätt's. Egal, der, der saß ist, dann glaub ich, der war. Okay. Ich hab ihn direkt, eh, ha, du kleine Notte. Oder umkommt Asi? Ich brauche Heels. Jetzt bin ich da. Hier ist Rengar, hier ist Rengar. Hier kommt ein Ani, ja? Rengar ist in der Ult, Rengar ist in der Ult, Kerr. Oh nein, ich bin tot. Ich hab Heel. Nee. Ich hab ihn geslot. Nice. Alter, Kucha. Die Dolch hinterher. Bitteschön, Sola. Dankeschön. Danke. No. Wow. Nochmal 2 Punkte. Yo, Alter. Ja, Sola. Wenn du noch Spell hast. Das ist fake hier, Alter. 200 MR. Ich glaub für die Folge mach ich noch ne Fail, äh ne Fingercam mit drauf. Weil ich hau die ganze Zeit nur auf die alle Tasten. Der Fingercam. Ich versuche Runden das zu kriegen. Zonen sie, zonen sie. Drei. Zonen sie. Eins. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Nein! Sie flashen! Was? Wie zetzt du ihn runter? Was ist das denn? Eins. Ja, ich hab's. Nein! Ja, der hat geflasht. Okay. Das kann ja keiner antizipieren hier. Ich hab's! Nein! Hier kommt einer. Hier kommt einer. Kuccio. Oh, hier kommen viele. Wir böllern, wir böllern, Alter. Oh, hier renn, renn von dem, Alter. Der fickt uns. Jojo, hab ich. Hab ich, hab ich, hab ich. Nooo! Ich komm, Schild kommt! Ah! Das war close. Ich hab Sunfire. Leute, Leute, Leute. Gut, ja. Tut mir leid, aber... Du kennst die Regel. Alter, die Anivia gibt nichts. Das ist alles schlimm. Hier, hier, hier. Ich bin da. Ich komm mal. Vor allem stehen die 2 7, ne? Komm mal. Ja, aber die ist einfach useful. Ja, jo. Ich bin tot. Ich bin auf dem Weg, Jungs. Alter, der war ein 200mR, Mann. Hey, oh. Den müsstest du hauen. Ich weiß gar nicht, wie er den hauen soll. Hallo! 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 Oh, der Ding ist ab. Nice, holen wir uns. Holzt euch, holzt euch. Jo! Ruhig dich! Ah, schnell. Die sind wieder am Leben, ne? Rengar, glaub ich, Ulti. Mein Gott, das kann man schon touchen, ne? Aber die schaffen's nie. Oho! Das geht immer nach links, irgendwie. Oh, yeah. Ich camp das Ding her. Ja, diesmal machen wir sie fertig. Diesmal keine Gnade. Wir haben uns mal gespielt, letztes Mal. Kommt, Jungs. Ich hab hier Babo-Mode. Ja, Profis sind hier. Da hat keiner was. Ja, wir sollten das komp-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Komp-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Kommp-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Komp-ti-ti-titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Kommp-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Wir sind jetzt nicht sagen, dass das bisschen brokig ist. Ich komme. Holy fuck. Ja, Kutcher, da ist ein Trippchen, ne? Oh, scheiß die Wand an. Ich hab keine Kulauz. Und'st dann. Boxin, Junge. Stein. Das ist die richtige Einstellung. Aber hier kommt was. Geh auf Quinn. Egal was kommt. Alter, der war einfach 2. Oh fuck. Ah, ihr habt mehr. Nein, ich hab nichts zu ready. Wer bin? Ich bin schon wieder tot, ich bin so boosted. Ich komme, ich komme. Nein. 18,7? Stehst du nicht auf 18,4? Ne, 17. Geh nach oben links raus. Der ist doch da. Nein. Oh, Junge. Oh no, die kriegen den. Kommen wir da noch ran? Kommen wir da noch ran? Soviel zum Chamber-Out-Scale, ne? Ja. 45 Punkte für Ornion. Oh, Gallio mit dem Ding, Alter. Will ballern. Scheiße. Ich hole mal das Ding oben rechts. Vielleicht kommt Gallio mal wieder killed. Oh, die fuck, der Gallio, ey. Das ist nicht schön. Zu wenige Items als sicher, ey. Hier auf Gallio? Gallio? Oh mein Gott, der Junge ist aber dick, ne? Das ist nicht zu übersehen, sagen wir mal so. Rengar war hier. Hier war Rengar. Für den Asir. Die sind ultra low, ne? Die wollen die hier jetzt. Oh shit. Oh, da können wir rein, Alter. Da sehe ich meine Chance. Ja, der war gut, Kevin. Die magst du einfach. Rengar ist in der Ultra. Können wir da rein? Oh Gott, das ist ein Triple. Schön in der und ihr... Hier war noch was. Rasiert ihn. Ich krieg den, ich krieg den. Nein, mein Speed ist ausgelaufen. Oh, nice. Ich geh oben lang? Ja, in der Mitte spawnt auch gleich wieder, ne? Aber soll ich das denn dodgen, wenn er's wirft? Egal. Aber weiter, weiter, weiter. Aber ich nehm's hier. Hier ist er irgendwo. Hier ist er. Da, 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 da. Von oben kommen die. Die kommen von oben. Ja, aber es ist da totes. Kommen alle von oben. Sanic. Oh, oh, oh. Ich komme, ich komme für Asia. Ich, ich hole Quinn sofort wieder vom Himmel. Oh nein. Ich komme von hinten, ich komme von hinten, ich komme von hinten. Oh nein. Oh, hier ist Galio. Oh, ey. Ich hab mich fast tot, ey. Hier, Mitte, Mitte, Mitte. Ich komme. Und? Mein Ult hat kein Damage gemacht. Mitte, Mitte, Mitte. Ich bin einfach der größte Supporter, dieses Game. Ohne Witz, ey. 23. Das könnt ihr. Aber ich hol's mir. Nicht. Soll ich dem Latze das immer mit Q. Oh, Alter. Ja, wir haben schon so 60 Punkte. Diesmal machen wir das richtig. Gut Schau, gut Schau. Nee, ich muss wheelen. Komm mal hier rein. Wir campen nicht. Oh, ich hab's. Komm her, Junge. Du Rüde. Ich komme von oben. Ich komme von oben. Der Babu kommt. Wir machen den, wir machen den. Kommst du mir nach oben, Captain. Captain. Ja, warte, Captain. Du musst zu mir kommen. Ich exhauste? Egal. Ich werde euch alle riechen. Junge, das ist NP. Oh, richtig Bock. Nein, komm schon her. Du wirst einfach jetzt sterben. Nein, wir kommen, wir kommen. Du wirst nicht sterben. Loll. Oh. Oh, Kondrakel. Oh, und dann der Kondrakel. Was? Du Nutter, Alter. Secure. Du Nutter. Ich nehme mir unten. Ich nehme mir unten. Ich nehme mir unten. Das war einfach. Das von Johnny. Du Nutter. Dann komm ich Günst hier. Du wirst es verstanden. Sola. Der kann es immer noch nicht glauben. Wir machen sie wirklich platt, Jungs. Ich glaube, wir gewinnen. Ich glaube, sie haben wirklich keine Chance. Lass den campen, komm. Ey, bin ich die ganze Zeit aufgedeckt oder was ist das für ein Zeichen über mir? Weiß nicht. Das ist ein Zeichen. Eieieieiei. Oh mein Gott. Okay, dann haben sie sich wahrscheinlich gesehen. Oh. Oh. Kevin, komm zum All. Komm zum All. Junge, ganz ruhig. Hier ist Renga. Der kommt mit dir von hinten. Oh, oh. Der hat ult. Der hat ult. Tatsächlich. Der hat ult. Der hat ult. Der hat ult. Ball an. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Help me. Oh mein Gott. Ich wurde von der Asi-Wall in die Wand geschubst und da runter war nie wer ult. Ja geil. Hahaha. Ich renne den einfach weg. Alter. Nein, 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 nein. Max, nein. Oh, rap. Weil man spontert Dinge in der Mitte? Bald. Bald. Das ist echt DDR-Film. Oh, ich kann nicht andun. Lass alle unten. Okay, da, 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 da. Nicht unten. Sorry. Ah, Trinity wäre nice, ne? Da war ich schon durch. Mitte, Mitte. Das Ding wollen die ganze Zeit wegmachen. Kannste hier Stairax holen, Alter. Stairax ballert auch, glaube ich hier. Lass mal hier warten. Pass auf, die campen irgendwo. Wir warten jetzt nicht anfangen und dann machen wir die richtig kaputt. Okay, okay, okay. Ja, geil. Oh, oh. Vielleicht stehen die hier, Alter. RIP. Oh, hier. Warte, warte, warte. Oh. Okay, ich lock sie hoch. Warte, Biers. Okay, okay. Okay, die haben uns gesehen. Ah, die haben uns gesehen. Go, 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 go. Ja klar, rein. Aber die andere Seite. Kevin! Egal, das war Bait. Oh mein Gott. Der Bär, Alter. Der Bär. Der Hard-Counter-Counter-Dings-Arsch. Ey, der arme Glaser, ne? Wenn der eine Ultimate durchgeht. Ja, Udi! Ich mach immer eh, wenn ich... Fucking Blind-Pick Udi rein. Jetzt kommt die Rollen. Vielleicht DDR? Ober? Nein! Mann! Lasst doch mal aufmachen, ihr! Oh! Sesam! Wir sind ein Volk! Alles klar! Ja! Das war schon. Der Aussi durch. Der Mazzana, Alter. Sola kriegt grad Flashbacks. Von 1990. Fuck, der Port was unten hin, aber egal. Ich hol mir den Fight. Oh fuck! Komm, ich komm, ich mach. Komm mit mir, Bro! Oh, Shield! Yo, Abfahrt! Ciao, Sola. Oh, oh, ich hab... Shit, gar nicht... Nein! Ich hab... Also, der Fight mit Gallius. Einfach, episch! Das hol ich mir. Ha! Ha! Das ist jetzt spät. Oh, nein! Lass den machen, go! Win is win! Schön dodgen! Win is win! Win is win! Win is win! Ja! Maul! Ja, weiter! Das war ne weite Runde. Spandauer Ascension. Abonnieren! Mich auch, bitte! Mich auch! Tschüssi!